Hi Leute, heute gibt es Popcorn, denn wie ihr schon vielleicht, dass ihr uns sehen könnt, haben wir einen Familienzuwachs bekommen und ordnungsgemäß gab es natürlich auch einen Heiratsantrag dazu. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Wir wollten euch jetzt davon noch Videos zeigen. Kurze Info noch zu den Videos. Ich war mit Jana und ihrer Mutter unterwegs, so mittags gegen 12 Uhr. Meine Familie war eingeweiht, meine Schwester hat angerufen und hat gesagt, kommt mal in die Stadt nach Linden-Limmer und wir haben ein Kinofilm gucken, im Apollo-Kino. Die haben es von nichts geahnt. Wir sind ins Kino gegangen. Überraschenderweise war das Kino komplett leer und nur wir waren da. Wir konnten uns das natürlich alle nicht erklären. Dann ging das Licht aus, der Film begann und was dann passiert, das seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß. Oh, schon auf Sendung? Hi Lala, hey, wie geht's? Ich bin hier für unser Location in Havana. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, dann leider aus den Augen verloren, aber zum Glück gab es hier noch eine gute Location für uns Partyflitze-People. Und ich habe jetzt ein kleines Video zusammengeschnitten, mit dem ich mich bei dir, Diana, bedanken möchte. Für die coole Zeit, für die Unterstützung, die ich von dir bekommen habe. Und ich hoffe, es wird dir gefallen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Hello, hi. So, Diana und unser Fahrer suchen gerade uns runterkommen. So, should I dip the streets and I can't... So, let's go. 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 Untertitelung des ZDF, 2020